ich weiß nicht ob man meint so ein ding erkennen wird aber na gut ich habe keine zeit mehr ich habe keine zeit mehr also keine zeit mehr hat er keine zeit mehr es tut mir so leid an die person die das bekommt was das ist vielleicht habe ich nicht los weil es auf jeden fall ein bisschen fragwürdig zwei bilder ich habe viel zu spät gecheckt dass man viel weniger zeit zu beschreiben als zu malen deswegen kommt noch eine runde 6 und 6 danach ist vorbei ich habe einfach reingezogen oder ist das ist wirklich gut gemacht fangen wir mit meinem an mein anfang das war so ausschie mit ganz viel koks was für ausschie ich habe mich verschrieben ja habe ich schon auch irgendwann mir gedacht ich dachte erst ist ich dachte du meinst verbrennungs koks jetzt in dem ofen zu meiner verteidigung ich habe die hälfte der zeit damit verbraucht herauszufinden was ich da genau malen soll gelber geist schreit es das ist nicht das einzige mal wo bei mir irgendwas einfach nur gespielt da fängt es ja schon steuwerk hoch okay okay ich glaube ich weiß in welche richtung das geht da dachte ich auch schon niklas rennt einen berg hoch das wird er raus jemand fällt vom berg und stirbt ja einmal in die bar und sagte ja das war mein erstes bild ja ich habe mir wirklich müh gegeben das ist auch nicht schlecht in einem saloon cowboy mit pinken shirt und hut in einer bar ich komme dann nicht auf die tasse und macht es dann nicht weg sei doch ein pinker cowboy geworden leon im tarzahn auto trupft perlenpfau die federn aus ich habe den faun nicht leon sieht wieder aus wie eine omi rosa känguru springt vom big ben okay ja okay das kam nicht an ich war die ersten 30 sekunden erst mal ich habe keine zeit mehr für den big ben da ist er doch ganz klar wie soll man denn kängurern hahn malen das ist ein känguru ich muss doch nicht wie ein känguru haben gerupftes höhnchen vor du am nie ja das rosa känguru springen wurde wurde vorgestanden ich glaube ich noch einmal ein apfel der weit vom stamm gefallen ist das hier habe ich alles wieder weg gemacht ja und ich habe die person ja gesehen man sieht ja wie das gezeichnet wird deswegen ist ein bilderbuch das soll ein buch sein alter und warum siehst du aus wie monte ich habe keine arme was ich machen sollte ich bin halt nicht fertig geworden ich habe zu spät angefangen zu schreiben und dann habe ich mich fertig ich wollte es nur schnell scheiße schreiben ich wollte Schlangen noch sagen aber ich habe mich zu lange da gesehen okay das ist schon funny das ist ja gut das ist ja gut das ist ja gut das ist ja gut das ist ja gut